Eskalation, Eskalation! Guten Morgen zusammen oder eigentlich fast schon Mahlzeit! Ich bin heute im baden-württembergischen Dschungel unterwegs. Das Gras ist brutal hoch. Der Harald hat mich eingeladen und hat gesagt, kommst vorbei und gehen wir fischen. Und jetzt bin ich da, die Sonne brennt runter, der Wasserstand ist niedrig. Und jetzt schauen wir mal, was der Tag so bringt. Ob es hart wird, ob es leicht wird, wie es wird. Schauen wir. Der Eitel. Eitel ist natürlich schwierig. Aber, er nimmt nach, gell? Oh, tschüss! Aber nur auf den Reiz hochgegangen. Trockenfliegen, aber Dead Drift, Fehlanzeige, nur auf den Reiz hoch. Also da vorne steht ein Fisch, kein kleiner. Und den versuchen wir jetzt mit einer Mini-Nymphen zum Kriegen. Schaut gut aus. Oh, der bewegt sich gar nicht. Oh, der bewegt sich gar nicht. Oh, der ist nachgegangen. Ich sehe gleich den Fisch nicht mehr. Doch, er ist da. Schaut gut aus. Kannst du sie holen? Nein. Ja, dieses. Pfff. Oh, weh! Oh, weh! Puh! Ich bin nicht bocht für ihn. Nein, 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 nein! Oh, wah, wah, wah! Oh, wah! Oh, wah, wah! Oh, wah! Oh, wah, wah! Oh, wah! Oh, wah! Wow. Woohoohoo. Wow. Woohoohoo. 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 Das ist die kleine. Pass auf, ich geh da außen rum. Wo ist der Fisch? Ich seh ihn nicht mehr. Da ist er. Ja, den kann man natürlich jetzt super leicht verlieren. Schauen wir mal wie es da ist. Der ist so schlammig. Okay, also den müssen wir jetzt herkurbeln. Geht nicht anders. Tag. Amen. Super schöner Fisch. Es tut mir leid. Aber er schwimmt. Quickle bin ich davon. Ja. Ich hopp's. Wow, fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck. Arme. Leck mich auf. Ich bin schon drin. Ah, und runter. So, jetzt ist es Zeit für eine kleine Pause. Sonnbrennt runter. Wir haben uns durch metterhohe Brennnesseln gequält. Und dann auf einmal so ein traumhaftes Platz vor sich. Und da gibt es ja gar keine andere Möglichkeit, dass man jetzt das Pfandl auf die Flamme haut und was nicht zum Essen macht. Ich kann auch, wenn man nicht zu kommen kann. Okay... Wenn ich nicht halt wieder Pause Ceaferet wurde, auf der Lauf 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 der Lauf. Sollte Oh, das ist eine schöne, das ist eine schöne. Also wenn man sich da so umschaut, es ist ein bisschen wie im schwäbischen Amazonas. Oh, das ist eine gute, oh das ist eine gute. Das ist glaube ich eitel. Ah, Ultra Power. Ah, die Tasse. Ah, ist okay. Aha, 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 schön idyllisch an einer vielbefahrenen Brücke. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist eine schöne. Das ist eine schöne. Super dunkel. Super dunkel ist die. Super dunkel. Oh, das ist ein schöner, schöner Fisch. Fetter, fetter, fetter Fisch. So, das war's für dieses Mal. Ich muss sagen, Baden-Württemberg hat keinesfalls enttäuscht. Richtig gute Fischerei, richtig gute Fisch. Geile Natur, alles dabei gewesen. Vielen, vielen Dank nochmal an Harald, dass er mich eingeladen hat zu sich. Und da werde ich mich mit Sicherheit sehr, sehr bald revanchieren. Und es würde mir wirklich Spaß machen, dass ich mich da revanchieren kann, weil es war ein super Erlebnis. Alles tipptopp. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal am Wasser. Bis dahin. Servus. Ciao. 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 Ciao.